Die Woche ist fast geschafft, Zeit für eine neue Folge Bon Weekend, präsentiert von der Societe Generale. Ich bin immer noch Sebastian Hoffmann von Prime Bruns und freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, Sie kennen es, kurz die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Prime Corns wieder. Und heute explizit noch der Hinweis, dass Wertentwicklungen in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen sind. Denn was habe ich gemacht? Ganz einfach, ich habe mal in den Rückspiegel geschaut und mit einem kleinen Backtest überprüft, was bei den DAX-Werten in der Vergangenheit ab dem 15. September bis zum Jahresende noch so drin war. Das Ergebnis für die besten 10 Werte und den DAX ganz unten sehen Sie hier in der vorliegenden Tabelle. Allerdings können wir Covestro gedanklich gleich streichen, da eine Historie von nur zwei Jahren keine wirklich belastbaren Aussagen liefert. Interessanter wird es beim Münchner Rück, denn die Aktie musste in 22 Jahren nur einmal, und zwar konkret im Jahr 2002, im überprüften Zeitraum einen Verlust verkraften. Der fiel mit fast 27% zwar recht deutlich aus, dennoch war die Septembermitte bei den Versicherern bislang scheinbar kein schlechter Zeitpunkt zum Kauf, was sich auch daran zeigt, dass Allianz mit 86,36% im Trefferquoten-Ranking unserer kleinen Auswertung bereits auf Platz 3 folgt. Übrigens, wartet man beim Münchner Rück bis zum Oktoberanfang, trübt sich die Trefferquote für das letzte Quartal auf 86% ein. Ob es in diesem Jahr auch wieder nach oben gehen wird, steht natürlich in den Sternen, aber werfen wir einfach mal einen Blick auf den Chart und da sehen wir erstmal eine, ja fast schon quälend lange Seitwärtsbewegung. Sprich, wirkliche Trends konnten sich in den vergangenen Monaten weder auf der Long- noch auf der Short-Seite etablieren. Daran dürfte sich so schnell auch wohl nichts ändern, auch wenn sich im Chart jetzt schemenhaft ein kleines Doppeltief abzeichnet. Das wäre jedoch erst oberhalb von 188 Euro vollendet, für die Kurse müsste es also auch zurück über die 200-Tage-Linie gehen, die momentan bei 186,13 verläuft. Immerhin oberhalb von 188 wäre auch die April-Abwärtstrend gerade überwunden, wodurch sich zunächst Platz bis 190 bzw. 194,25 eröffnen könnte, bevor es anschließend bereits um das November-Hoch aus dem Vorjahr und das aktuelle Jahreshoch im Bereich der Runden 200er-Marke gehen würde. Auf der Unterseite ist das Chartbild schnell umrissen. Sollten die Kurse nämlich wieder unter 180 Euro zurückfallen, wäre das Doppeltief vom Tisch und es müsste mit einem Rücksetzer in Richtung Jahrestief bei 174,85 gerechnet werden. Wer bei Münchner Rück gerne aktiv werden möchte, der kann das unter anderem auf der Long-Seite mit einem Mini-Future-Long mit der WKN SC77Q1 tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 4,43 und laufen endlos. Auf der Short-Seite kann man ebenfalls mit einem Mini-Future-Short aktiv werden, beispielsweise mit der WKN ST1-2WY. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 4,46 und laufen ebenfalls endlos. Dann noch schnell ein Update zum DAX. Hier gibt nach wie vor die Kurslücke vom 5. April die Range vor, auch wenn das Gap bereits geschlossen wurde. Will heißen, innerhalb der neutralen Zone wäre jederzeit nochmal ein Dip nach unten möglich und der könnte sich unterhalb von 12.000 Punkten sogar bis zur unteren Begrenzung des April-Abwärtstrendkanals im Bereich von 11.830 11.800 Punkten ausdehnen. Auf diesem Niveau wäre dann natürlich auch das Jahrestief bei 11.727 als mögliches Ziel zu nennen. Oberhalb von 12.104, 12.130, hier finden sich die alten Juni-August-Korrekturtiefs, würde sich das Bild etwas aufhellen und die Kurse hätten zunächst Platz bis zum Märzhoch bei 12.460. Allerdings bleibt es dabei, dass größere Long-Impulse erst oberhalb von 12.600 Punkten in den Markt kommen würden. Idealerweise sollte dann in einem Zug auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 12.634 zurückerobert werden. Und auch für den DAX habe ich natürlich zwei Scheine rausgesucht. Wer hier gerne aktiv werden möchte, der kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Mini-Future-Long mit der WKN SC6-9T5 tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 7,77 und laufen endlos. Auf der Short-Seite, da kann man beispielsweise mit einem Mini-Future-Short mit der WKN SC6-VSV aktiv werden. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 7,18 und laufen ebenfalls endlos. Abschließend schnell noch ein Blick auf die Highlights in der kommenden Woche, wobei wir uns hier kurz fassen können, denn wirkliche Market Mover stehen nicht auf der Agenda hervorzuheben, wären beispielsweise die Verbraucherpreise am Montag um 11 Uhr sowie das Verbrauchervertrauen am Donnerstag um 16 Uhr. Bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut!